Schock bei Berlin, Tag und Nacht. Zwei weitere Lieblinge steigen aus. Gerade erst mussten wir uns von mehreren Ländern verabschieden. Da steigen schon wieder zwei Berlin-Tag-und-Nacht-Stars aus. Gerade erst mussten wir Kim, Miller, Vivi und Henry au revoir sagen, was schon hart genug war. Glücklicherweise kommen die ersten drei schon in den nächsten Tagen wieder. Doch dann folgt bereits der nächste Hammer. Wie RTL 2 in seiner Berlin-Tag-und-Nacht-Vorschau ankündigt, verlassen Vukasch und Vivi in Folge 2210, die am 10. Juni ausgestrahlt wird, die Startaufnehmer wiedersehen. Ja, ihr habt richtig gelesen, ausgerechnet das Ex-Bärchen steigt offenbar gemeinsam aus. Schock bei Berlin, Tag und Nacht, Vivi-Vukasch steigen aus. Wie es darin heißt, erteilt Olivia Vukasch bei seinem Heiratsantrag eine Abfuhr. Statt ihn hinterher wie gewöhnlich um den Finger zu wickeln, wird ihr im Anschluss von Vukasch eiskalt eine Ansage gemacht. Sie ist zu weit gegangen, als Olivia versucht, mit ihm auf vernünftigem Wege alles zu klären, jedoch von der Ankündigung überrumpelt. Dass Vukasch zusammen mit Vivi Berlin verlässt, ausgerechnet. Die beiden rechnen hart mit ihr ab, bevor sie mit gepackten Koffern von dannen ziehen. Scheint, als hätten Olivias Machenschaften die beiden endgültig in die Flucht geschlagen. Ob wir sie je wieder sehen werden?